so und willkommen zurück auch gerade mal kurz beim Hund hab noch mal da geguckt das aussieht und ja guck mal die stinken wir nur gerade um so komisch komisches Vieh ich kann so sagen das war ein Hamster oder Spoiler ich ja aber wie ist das das hier ist wir sind diese Würmer und wir müssen drunter durch und wir könnten ich kann nicht nach rechts laufen ich kann springen ich kann auch nicht nach rechts Elze na ich kann es hier noch über langsamen oder fällt mir eine Stelle ein mit einer Kreissäge sage ich nur die wird besonders toll ja ich komme ja gleich meine lieben in die Kiste brauchen wir da kommen da ist wieder dingens ne ja so ab toll es ist die Fischer zu können als haustierlich immer so sagt man kennt Küssel schon mal den Spaß machen und gucken ob die Kiste drinnen stecken bleibt eh ne aber ich guck einfach mal oh Gott es ging gerade FPS runter oh Gott oh Gott oh Gott was ich wieso nicht aber mein äh verbs hat so einen kleinen fehler das ist manchmal auch bisschen leckt oder immer so extrem also auf eine FPS so runter alles jetzt kommt die Stelle die ich eigentlich ja ziemlich gut umgesetzt finde das ist eine große Bahn hallo ach sie wieder skype ja ich hab grad skype geguckt und so schlupsch aber noch was geschrieben ich weiß die Sache ist wir müssen hinten rüber kommen aber hier ist eine Leiter und das Teil hier und hier ist eine Grube mit Wasser ne da geht so komisches Teil runter ach schaut doch grad vor doch grad beim Hund und das Weltall wieder so hier das kann man nicht dann auch runterziehen ich zeige es aber gleich so müssen wir da erstmal jetzt haha ich kriege ich da kommt nämlich ist da rein und ist tot ne ne dann sehen wir schon im Hintergrund so riesen Zahnrad was ich scheiße wann haben wir angefangen aufzunehmen 10 nach könnten kommen ne das englische schönes Geräusch schön laut ne ja ziehen kann muss näher auch was auch was ist passiert das finde ich einfach mal cool gemacht Schiffs nämlich ich mann die schreiben immer wieder die auch gemacht cool gemacht hier ist nämlich trocken ich weiß es gar nicht ob es nur eine bestimmte Zeitschrift oder so jetzt kommt nämlich dass die Bahn das Wasser drin und das sehen wir jetzt hier und das ist natürlich aufgefüllt wenn nur frage ich mich natürlich wo das in die reinläuft aber ja geortet es läuft das nicht mehr starrein man könnte denken die leider steigt mit mit an nein das tut die nicht das Wasser begleitet uns jetzt noch die nächste Zeit hier etwas können wir auch hier einen Überschlag machen ich weiß sogar wer da schreibt Leute hört man Skype auf zu schreiben immer wo ich in der Konfi bin nervt hier merken wir in den Hintergrund das Eis wegrotet also sind die vielen ganzen Bäume ich habe das hier das muss ich jetzt mal sterben tot das ist ratet mal was das ist es ist kein Wasser weil was es sieht anders aus es stromlert mehr raus also stromlert nicht so raus das ist nämlich Öl also ich vermute dass es Öl ist weil was anderes ist nicht so hässlich hier sieht man so schön auf dem Kopf bekommt man da richtig im Gänzerhaut kommt er dort drüber ich weiß schon was wir machen müssen ah ja äh unser Problem ist wir müssen jetzt irgendwie da hochkommen wir kommen auch hoch auch nicht ganz hoch und hinten lässt was weg mit dem äh schalter können wir das was dort hinten zu machen da steigt es ab an trotzdem müssen wir noch die Kiste hier das Schatz ist mal bei Kunk angeguckt gestern noch mal kurz bis an bestimmten Stelle wo ich dann sie mal weiter weil es mehr es werde geht und alle da bestimmt da hat eine Stunde Stunde 15er da aufgenommen ungefähr Stunde 16 und bestimmt schon 5 Minuten nur für die Sache hier gebraucht ich muss mich ja auch machen ja gehen wir runter ich stecke mich hier schon zu fahren ich stecke mich hier schon zu fahren ich muss aufpassen dass man drüber springt und hatte gedacht er muss recht sind und dann um die Ecke aber die dann in oben sind und die schönen Spitzen und das Problem ist das Wasser steckt dann weiter wenn wir hier über die Leiter raus sind deswegen müssen sie es etwas beilen ein Jahr die müssen wir so lang ziehen so hier nämlich ich ach jetzt weiß ich was als nächstes passiert ja ihr merkt ich habe mich und nach hinten nein bitte lass uns doch nee gut kommen die ganze Etappe nochmal wiederholen wenn wir 10 nach oben angefangen haben wir jetzt noch 4 Minuten es soll nur kurze 10 Minuten Ports sein die die Prozent weil es heißt und du machst so lange Videos deswegen mache ich schon kurze Videos und es geht auch schneller mit dem Hochladen und das finde ich besser weil das wie dort mein Kraft beta lade ich gerne hoch kann schon momentanisch immer nach produzieren weil ich ja mein mein Kraftproblem habe aber es geht und es muss irgendwann noch die Taille rennt um ich habe gar nicht gewusst dass die Kiste irgendwann mal absinkt das habe ich mal gestern gesehen das ist jetzt echt kacke ich muss es sagen ich könnte natürlich die heute Internet ausmachen ich habe jetzt den Schalter am PC da kann ich einfach nur drauf drücken glückten Prozent WLAN-Fühler sagt es einfach mal am PC ist da aus komm ja 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 das Ding aufmachen ne ihr merkt ich weiß worum es geht hier weg 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 so so ich weiß sogar eigentlich schreibt es ist nicht Kai das weiß ich da hat heute noch nie geantwortet ich habe gestern wieder aus auf FTP hochgeladen hat man auch nicht drauf geantwortet aber naja das Ding sieht aus wie vom Bruchspinner der Körpers und dort wieso die Musik so komisch kratzt weiß ich gerade auch nicht es kommt jedenfalls nicht von mir liegt überhaupt mir daran dass mein PC scheiße ist ne Licht leute Licht leute Licht elektrisches das auch cool gemacht mit den Tönen ach ja das war das hier da können wir nämlich jetzt ich weiß wie es passiert der öffnet sich das Teil das klang aber nicht ich muss nur bis es gleich ist jetzt müssen wir es so machen also wer sowas auf wer sowas her baut dann muss man sich mal überlegen aus Eisen hier alles und dann auch noch ne und der Trick ist bei der Sache ist jetzt geht das Ding hier runter das können wir noch mal runter gehen könnten es nochmal einstellen hier ach und das ist die tolle Stelle guck hier sehen wir schon die Dinger rumliegen oh ii ich sage es hätte entfahren lassen hier sehen wir Licht und ich höre auch die Sekunden da wir sind ich bin ich gerade in der Kläranlage gut ich kann schon mal sterben gehen hier weil ich muss die Dingens erwischen ich muss die Kiste haben oh an der Stelle hing ich auch so lange da hing ich sogar letztes mal glaube ihr hattet ja gesehen ich habe ja einen neuen bis jetzt ein paar vier und Teil 1 habe ich ja hier einen neuen Dingens gestartet und neun Dingens gestartet und das letzte mal da hing ich hier schattel ist keine Lust in Zeit dann nochmal nach zu gucken auf der Leitern würde ich schon mal so sagen da geht es ja da kann ich es loslassen und da macht er auch nichts außer Kamerinnen her bieten also Kamerinnen her bieten ja ich hab ganz vergessen es daher automatisch weiter so ist es nur etwas bei allen hier hier mit dem leichten Lecks da habe ich etwas zu kämpfen damit wir spielen hier auf ich muss überachten ich muss schon mal kurz anders entsetzen wartet mal es könnte sein dass das Mikro raus ich weiß es nicht nein das weiß nicht das Mikro aber so Skype ich habe mich natürlich auch hier nicht Dingens gemeldet beschäftigt da hört man ja diese Geräusche nicht beziehungsweise man kann es sich alert auf in den Chat eingeben aber das will ich nicht weil ich brauche das Tja und an dieser Stelle ist dann war dann krank verzweifelt muss ich sagen weil er wusste nicht dass da das Rotlöch und Jäge geschossen kommt ähm ich hab'n Fehler gemacht ach doch ne ich hab'n Fehler gemacht nochmal alles nochmal ich hab'n starken Fehler gemacht habe ich grad schon gewundert warum die Sequenz lange gedauert hat mit dem Worten da oben ihr werdet vielleicht nicht gerade so wissen was ich falsch gemacht habe aber ich weiß es auch das ist so ein schöner Anfängerfehler hier der Spieler noch anfänglich hat das Spiel bestimmt das dreimal angespielt nur auch nicht zu Ende, ne, will schon mal zu beachten, äh betonen ich hab's nicht zu Ende gespielt gucken wir müssen nämlich hier die das im Kern wieder ah kacke also manchmal frage ich mich echt ob ich und ich hab zu lange gemacht, ich hab zu lange gemacht nein toll, das ist der Spezialteil aber mit, mit steckern und mitten in der Sequenz muss ich jetzt sagen rüber, 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 schnell so hier hab ich nämlich die eine Taste gedrückt gehalten das darf ich nicht so, Spaß aus dem Ende und bis später, tschüss